Mit den frühen Aufstehen habe ich keine Probleme, mir macht das auch Spaß, mir liegt der Job, glaube ich, sehr gut. Ich wollte auch schon, seitdem ich sehr klein bin, beim Bäcker arbeiten, das war mir eigentlich sehr früh klar. Eigentlich backe ich die Kerlinge und Ofenfrische am liebsten, dann immer am schönsten. In der Ausbildung macht mir am meisten Spaß das Brötchenbacken, damit man dann schöne, warme Brötchen hat, die man dann verkaufen kann. Man kann die den Kunden dann anbieten und er freut sich über seine warmen Brötchen.